Welche Sportart passt am besten zum Sommer? Na klar, es ist Eishockey und genau darum geht es auch in dieser Ausgabe. Und um ihn, um Florian und Ruschka. Er ist mit seinem Team, dem VR-Selb, den Selberwölfen, jetzt in die DEL 2 aufgestiegen. Er spielte im Laufe seiner langen Karriere aber auch in der DEL, ganz viele Jahre, für die Nürnberg Ice Tigers und für Straubing. Mit Florian und Ruschka spreche ich über einen Aufstieg in Corona-Zeiten, über das deutsche Eishockey und darüber, was er sich für die nächste Saison in der DEL 2 vornimmt. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich freue mich, dass ich im Hochsommer, haben wir noch nicht ganz, aber fast, einen Gast aus dem Eishockey habe, passt perfekt zur warmen Jahreszeit. Und mein Gast in dieser Ausgabe ist Florian und Ruschka. Servus Flo. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und bevor wir anfangen, du hattest vor ein paar Tagen Geburtstag, also noch nachträglich alles Gute. Ende Juni 24. war es soweit, ne? Genau, richtig, ja. Vielen, vielen Dank. Gerne. Bist ein bisschen zum Feiern gekommen. Also ihr hattet ja schon quasi, da kommen wir gleich drauf, mit deinem Team, dem VHR selbst. Habt ihr ja schon gefeiert, ordentlich den Aufstieg. Aber Geburtstag ist natürlich auch eine Feier wert, oder? Ja, aber war nur im kleinen Kreis, also Familie im Endeffekt. Und große Feier gab es jetzt auch Corona-bedingt jetzt aktuell noch nicht. Aber ja, es wird vielleicht noch nachgeholt im nächsten Sommer. Aber jetzt diesen Sommer wird nicht mehr viel passieren. Ihr seid aufgestiegen mit dem VHR, mit den Säberwölfen. Ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern. Vielleicht weißt du das besser. Zweitliga-Zeiten der Säberwölfe sind einige Jahre her. Ich weiß nicht, ich glaube in den 90ern war es mal. Seitdem immer mal dran gekratzt, aber meistens irgendwie nicht geschafft. Jetzt war es soweit. Und zwar ausgerechnet in dieser Corona-Saison, die vom Modus ein bisschen anders war. Erstmal zum Tag, an dem das feststand selbst. Was ging da in dir vor? Ja, es war Wahnsinn. Also, wie du es schon gesagt hast, die Zweitliga-Zeiten insgesamt liegen ja wirklich schon Jahrzehnte fast eigentlich schon zurück. Ich denke sogar, ich glaube nicht mal, dass es 90er war. Ich glaube, es war ein 80er. Ja, also es ist wahnsinnig toll. Und vor allem auch, wenn man überlegt, die letzten Jahre, wie du es schon gesagt hast, ja, wir waren ein paar Mal immer mit guten Mannschaften im Rennen, haben es aber dann ja aus den verschiedensten Gründen immer nicht geschafft. Und in Säb hat man schon auch gemerkt von den Fans, vom ganzen Umfeld, ja, dass man unbedingt eigentlich hoch möchte in die zweite Liga. Und dementsprechend war es natürlich jetzt ja fantastisch, dass es endlich geklappt hat. Was hat aus deiner Sicht letztendlich den Ausschlag gegeben, dafür, dass die Saison quasi erfolgreich abgeschlossen werden konnte, die ja ohne Fans stattgefunden hat, wie in allen anderen Sportarten auch, musstet ihr ohne Anfeuerung auskommen. Vielleicht war das auch gut, weil der Druck nicht da ist manchmal? Also, ich glaube ich jetzt nicht. Ich denke, der Hauptgrund dieses Jahr war einfach, dass wir mit den vier Reihen, die wir hatten, mit dem wahnsinnig tief und qualitativ hochwertig besetzten Kader einfach, ja, die beste Mannschaft waren. Und eben auch dann vor allem in den entscheidenden Spielen, Spiel vier, Spiel fünf, einfach nochmal den Ticken mehr Energie und, ja, die besseren Beine eben aufs Eis bringen konnten. Und, ja, demzufolge, glaube ich, sind wir auch verdient aufgestiegen, ja. Ich denke, wenn man den Weg anschaut, wir haben Lindau in der ersten Runde gehabt, die, ja, zu der Zeit, sage ich mal, so die heißeste Mannschaft in der Liga waren, ja, die die letzten Saisonspiele alle gewonnen haben, hat man einen unheimlich schweren ersten Gegner. Dann haben wir mit Regensburg, mit Rosenheim und mit Hannover eigentlich, ja, diese Top drei Mannschaften der gesamten Oberliga im Endeffekt ausgeschalten. Und ich glaube, deshalb, ja, hat es selten einen verdienteren Aufsteiger gegeben als jetzt dieses Jahr. Jetzt kannst du aus deiner Vergangenheit, du hast auch in der DEL gespielt, sagen, was ist der Unterschied jetzt zur Oberliga, zur DEL 2? Was ist der signifikanteste Unterschied, wenn man mal das quasi das Office weglassen, wenn man nur das Sportliche hernimmt? Boah, also ich denke, dass es einfach schneller wird, dass es strukturierter wird, dass es nochmal physischer wird, als es jetzt in der Oberliga war. Aber wie groß jetzt der Sprung genau sein wird, das ist für mich jetzt auch schwierig zu beurteilen, ja. Ich habe jetzt glaube ich fünf Jahre, ab 2016 war mein erstes Jahr wieder, also ja, fünf, sechs Jahre ist jetzt wurscht, in der Oberliga auch gespielt, ja. Und deshalb ist es schwierig, ja, wie groß der Sprung jetzt in die zweite Liga ist. Ja, wenn ich jetzt letztes Jahr aus der zweiten Liga gekommen wäre, dann wäre es jetzt was anderes, dann wäre es für mich jetzt einfacher, das zu beurteilen. Aber auch schwierig, also auch ich bin gespannt, wie wir uns da zurechtfinden werden, wie sich das alles entwickelt, ja, welche Rolle wir spielen können. Das ist, ja, macht die Sache spannend. Aber nochmal auf deine Frage zurückkommen, schneller, härter, strukturierter, das sind glaube ich so diese drei Kernpunkte, auf die man es begrenzen kann. Nicht allzu weit weg von Säb liegt Bayreuth, die könnt ihr ja fragen, wie der Sprung ist, denn vor ein paar Jahren haben die den Sprung gemacht eben von der Oberliga in die DL2 und sind seitdem drin geblieben, einmal mit Glück sozusagen, da konnten sie quasi am grünen Tisch die Liga halten, die anderen Jahre haben sie es sportlich geschafft und der ein oder andere, ich glaube, Andreas Geigenmüller hat dann den Weg auch nach Säb gemacht, also wie sind da die Verbindungen, tauscht man sich da tatsächlich aus, bespricht man solche Themen, dann grundsätzlich ist es erstmal ein heißes Derby, wenn es gespielt wird, vor allem vor Zuschauern ein wirklich heißes Derby. Ja, da freuen wir uns auch drauf, also wir hoffen jetzt auch, dass Zuschauer zugelassen werden und vielleicht auch nicht nur 800 oder 1000 oder 1200, denn sind wir mal ehrlich, ein Derby vor 800 oder 1000 Zuschauern ist natürlich besser als ein Derby vor null Zuschauern, aber ja, eigentlich erhoffen wir uns natürlich eine volle Hütte, klar, weil das ist die Stimmung, das ist das für die Spiele, für die du, ja, die Spiele, die du spielen willst, ja, die besonders viel Spaß machen, wo Emotionen drin sind und deshalb hoffen wir, dass das überhaupt stattfinden kann mit Zuschauern und Verbindungen nach Bayreuth sind jetzt, habe ich jetzt persönlich keine, ja, Kontakt zum Andreas Geigenmüller habe ich jetzt nicht mehr, ich kenne zwar den Petri Kujala, den Trainer in Bayreuth, bei dem durfte ich hospitieren für meinen Trainerschein, aber ansonsten habe ich jetzt keinerlei Kontakte nach Bayreuth. Dann findet der auf dem Eis statt und zwar körperbetont und wir haben ja schon gehört, du freust dich drauf, wie groß ist die Herausforderung auch für den Verein, für den vergleichsweise kleinen Verein wie SELB, das quasi auch im Hintergrund zu stemmen, das finanziell zu stemmen. Das ganze Geschehen findet ja in der Kleinstadt statt mit 10.000, 15.000 Einwohnern, das ist nicht ganz einfach zu stemmen. Nein, also absolut nicht, aber ich denke, es wurde in den letzten Jahren schon außenrum sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet, ja, hinsichtlich Sicherheitskonzept, Kabinentrakt wurde erneuert, jetzt kommt ja nochmal ein Neubau, wo der komplette, ja, Nachwuchs-Profi-Bereich neue Kabinen bekommen, neuen Kraftraum. Also es ist diesbezüglich unheimlich viel schon in den letzten Jahren gemacht worden, ja. Finanziell ist es natürlich nochmal ein ganz schöner Mehraufwand, ja, das ist klar. Die Mannschaft in der zweiten Liga kostet definitiv mehr oder muss definitiv mehr investieren als jetzt in der Oberliga. Aber ich gehe davon aus, dass das im Bereich Vorstandschaft und Sponsoring sich vorher gut überlegt wurde und geklärt wurde und dass wir nächstes Jahr auch eine konkurrenzfähige Mannschaft ins Rennen schicken können. Denn es ist auch klar, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, Fallobst bist in der Liga und jedes Spiel auf die Mütze bekommst, das ist sowohl für die Mannschaft als auch für Fans im Umfeld natürlich, wäre nicht schön. Kannst du schon sagen, was sich bei euch im Team tut? Das ist ja immer so eine Generalfrage. Versucht man es mit dem Stamm, der den Aufstieg geschafft hat oder kommt dieses Argument schwerer zum Tragen, dass du sagst, dass eben die Mannschaft auch konkurrenzfähig sein soll und dass man sich doch dazu entscheidet, ihn in großen Teilen zu erneuern? Naja gut, es ist ja eigentlich eher Ersteres gewesen, dass der Stamm eigentlich beisammen bleibt und halt jetzt, ja, ich meine es gab einige Abgänge, es gab einige zugänglich. Punktuell ist vielleicht das falsche Wort, weil es ist schon mehr als punktuell, aber grundsätzlich ist der Stamm zusammengeblieben, was prinzipiell nicht schlecht ist, wenn der Stamm, sage ich mal, das Qualitätsniveau hat, Zweite Liga spielen zu können, wovon ich jetzt auch ausgehe, ja. Aber es ist einfach schwierig zu sagen, vor allem die neuen Spieler, die wir bekommen haben, auch die wichtigen Positionen, ob das jetzt beispielsweise unser Torwart ist, ja, der jetzt direkt aus Nordamerika kommt, ja, der, glaube ich, noch keine Europa-Erfahrung hat oder nur ein paar Spiele in Norwegen, glaube ich, habe ich ihn gelesen. Ja, dann haben wir noch einen Ausländer, der auch noch nicht in Europa war, deshalb ist es da wahnsinnig schwierig, das Ganze einzuschätzen, ja, und wie die jetzt bei uns ankommen, ja, wie die sich in die Mannschaft einfügen, das ist, ja, ist einfach schwer zu sagen. Ich bin selber gespannt, an der Stelle würde ich auch sagen, stopp, weil der Rest ist ja Spekulation, quasi im Vorausschauen. Wir hoffen auf jeden Fall, was die kommende Saison betrifft, dass sie unter quasi Nicht-Corona-Bedingungen stattfinden kann, also dass Fans in den Hallen sind und dass es keine Unterbrüche oder gar Abbrüche in der Saison gibt, sondern dass eine reguläre Saison stattfinden kann. Das war ja in den vergangenen Monaten alles gar nicht so einfach. Vor allem die stärkste deutsche Liga, die DEL, die hatten ganz große Probleme, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Klubs hatten ganz große Probleme. Ich denke, sie haben soweit alle überlebt, soweit ich es verfolgen kann oder konnte, aber das war schon eine schwierige Phase für die Klubs, denke ich, für alle, liegenübergreifend. Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben es ja auch mitbekommen. Es war schwierig. Es hat sich ewig gezogen. Wir wussten relativ lang nicht, ob wir jetzt überhaupt spielen, ob die Oberliga noch in dieses Profiprogramm damit reinfällt und unterstützt wird. Sonst hätte es gar keine Liga gegeben. Ja, deshalb, ja, wir waren natürlich einfach nur halb froh. Ja, ich werde immer gefragt, ah, es ist doch schade, es konnten keine Zuschauer kommen. Ich sage immer, ja, wir versuchen es immer positiv zu sehen. Bei uns war relativ lang nicht klar, ob überhaupt eisiglich möglich ist dieses Jahr. Und deshalb waren wir einfach nur wahnsinnig froh, dass wir spielen konnten. Und egal jetzt, ob mit oder ohne Zuschauer, Hauptsache, wir können spielen, Hauptsache, wir können den Sport ausüben, ja, wir können unserem Beruf eben nachgehen, ja. Und ob das jetzt vor Zuschauern ist oder ohne Zuschauer, ja, das war ehrlich gesagt erst mal zweitrangig, ja. Es ging erst mal darum, wir können spielen, ja. Und vielleicht geht es mit Zuschauern. Am Anfang, glaube ich, erstes Vorbereitungsspiel waren sogar 500 oder 600 Zuschauer drin. Dann kam ja, glaube ich, zweite Welle war es damals, kam die zweite Welle. Dann war komplett ohne. Dann war auch schon wieder Spielabbruch, ja, Saisonabbruch. Es war ja ständig wie so ein Damoklesschwert, hing über dem Eishockey, ja. Und deshalb, ja, natürlich war es schade. Und vor allem jetzt in so einer Situation, wo du wahnsinnig erfolgreich bist, wo du Playoffs spielst gegen, ja, Regensburg beispielsweise, Rosenheim. Also wirklich tolle Gegner, wir haben tolle Spiele auch vor Zuschauern gewesen, ja. Aber nochmal, ich sage es immer wieder, wir müssen einfach nur wahnsinnig froh sein, und dass wir spielen konnten, ja, im Vergleich auch zu vielen anderen Sportarten, dass wir das machen konnten. Und deshalb sehe es ich eher so. Aber ja, wir hoffen natürlich, dass das Einmalige zwar und dass es nächstes Jahr irgendwie ein Konzept gibt mit Zuschauern, dass wir einfach wieder vor Fans spielen dürfen. Und dann, ja, das macht einfach die Faszination Eishockey auch aus, ja, Derbys, Zuschauer, Emotionen. Absolut, ich drücke die Daumen dafür. Gucken wir weiterhin zurück, und zwar noch ein bisschen weiter, auf generell deine Karriere. Ich habe deinen Geburtstag angesprochen. Du gehörst jetzt nicht mehr zu den Anfang-20ern. Also ich würde jetzt schon mal sagen, es ist quasi, es ist jetzt schon, sagen wir mal, auf die Zielgerade eingebogen. Das Ganze würde ich jetzt mal sagen, deine erfolgreichsten Zeiten waren in der DEL, also was die Karriere-Höhepunkte betrifft, Nürnberg und Straubing, beides etwa gleich lang. Welche der beiden Klubs würdest du jetzt für dich in deiner Entwicklung, in deiner Karriere als etwas wichtiger betrachten? Boah, das ist schwierig. Also gut, Nürnberg waren halt so meine Anfangsjahre, ja, da bin ich als junger Spieler hingekommen aus der Oberliga, beziehungsweise aus der zweiten Liga, habe da meine ersten Jahre, erste Liga eben spielen dürfen. Ja, war, wie gesagt, kam als ganz junger mit 17, 18, 19 dahin. Und ja, Straubing war anders. Also Straubing war dann so im Endeffekt der Schritt vom jungen Spieler zum, sage ich mal, gestandenen Spieler, ja, zum Spieler, der dann mehr Verantwortung auch übernehmen durfte und musste oder sich das auch erarbeitet hat. Und ja, waren beides schöne Stationen, ja. Nürnberg mit der Vizemeisterschaft, ja. Straubing dann mit ersten Playoff-Teilnahme in der Klubgeschichte in der DEL. Gleich mit einem Halbfinale gegen den damaligen Meister mit Berlin. Also wahnsinnig tolle Erlebnisse auch mit den Mannschaften. Deshalb ist es echt wahnsinnig schwierig zu sagen, was wichtiger war. Also im Nachhinein vielleicht ein Ticken schöner und ein Ticken wichtiger war vielleicht Straubing. Aber das ist schwer zu sagen. Es ist ja die ewige Diskussion, was ist in Deutschland. Sportart 2 nach dem Fußball, dann hören wir immer, kommt immer lange nichts. Und dann haben wir Handball und Eishockey und Basketball. Da gibt es immer so ein paar Punkte, die man hernehmen kann. Man kann Umsätze hernehmen in der Liga. Man kann sportliche Qualität hernehmen. Man kann Fanverhalten, Zuschauerzuspruch hernehmen. Wo würdest du sagen, ist das Eishockey die Sportart Nummer 2? Stehen die beiden anderen etwas davor? Wo würdest du es einordnen? Das ist wahnsinnig schwierig. Also weil da bin ich einfach zu wenig im Basketball drin beispielsweise oder auch im Handball, dass ich jetzt sagen könnte, wie ist da der Vergleich? Also das ist einfach, das weiß ich nicht. Also da habe ich jetzt auch keine Statistiken zu zuschauen etc., wie du es jetzt gesagt hast. Das fehlt mir. Aber ich denke, dass wir nicht viel vor Handball oder Basketball sind. Also ich denke, dass das nach meinem Wissen jetzt sehr eng ist alles. Also deshalb, da kann es nicht wenig sein. Würde ich auch so unterschreiben. Das wechselt auch mal. Es sind ein Jahr die vorne, mal die anderen. Das kann auch an Leistungen zusammenhängen, wie mit denen der Nationalmannschaft. Gewinnt die Handball-Nationalmannschaft, haben die plötzlich mal so einen Boom für zwei, drei Jahre. Jetzt hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ausnahmsweise mal absolut überzeugt. Die sind ins, oder da machen wir noch ein kurzes Fragezeichen dahinter, hinter Absolut. Die sind ins Halbfinale gekommen bei der WM, hatten tolle Spiele dabei, unter anderem gegen Kanada, gegen die sie dann im Halbfinale verloren haben. Wie würdest du die Leistung der deutschen Nationalmannschaft bei der WM einordnen? Halbfinale ist grundsätzlich ein Top-Ergebnis. Trotzdem haben relativ stark Licht und Schatten gewechselt. Also es waren auch schwache Spiele dabei. Ja, ich denke, da muss man aber schon ein bisschen nachsichtig sein. Wenn man sich die Mannschaft jetzt anschaut, es sind wahnsinnig viele junge und junge Spieler dabei, mit einem wahnsinnig hohen Talent. Aber ja, da ist einfach vielleicht noch nicht so ganz die Konstanz da. Ja, das ist ganz normal, vor allem auch international, wenn du die WM spielst. Du hast wahnsinnig viele Spiele innerhalb eines kurzen Zeitraums. Und dann startest du, die sind ja sehr, sehr gut gestartet, mit sehr guten Ergebnissen. Ja, da kann es dann schon mal passieren, dass man ein Spiel drin ist, wo es nicht so läuft. Oder wo einfach dann vielleicht auch die Routine und diese Automatismen einfach noch ein bisschen fehlen. Aber ja, nichtsdestotrotz war es eine herausragende Leistung. Vor allem, wie gesagt, von dieser jungen Mannschaft überhaupt erst mal ins Halbfinale zu kommen. Wie oft war eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bis jetzt im WM-Halbfinale? Ja, das kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Und dementsprechend war es einfach nur herausragend. Super. Und generell, glaube ich, ja, das sind auch die Spielerpersönlichkeiten. Wir haben einen MVP in den Staaten gehabt vor zwei Jahren. Letztes Jahr war es der Fall mit drei Seiten. Also da ist schon auch was gewachsen in den letzten Jahren. Ja, also es hat sich natürlich was entwickelt. In Sachen Nachwuchsarbeit, glaube ich, hat man erkannt, dass man einfach mehr machen muss. In den letzten Jahren gab es ja auch ein Umdenken. Auch die Trainerausbildung wurde auch neu aufgesetzt. Da sind im Verband auch neue Köpfe hingekommen, die da, denke ich, sehr gute Arbeit machen. Wir haben ja auch Bundestrainer mit dem Toni Söderholen, Markus Sturm, hat man, glaube ich, gute Entscheidungen getroffen und wichtige Leute auch da herangeholt, sage ich mal. Aber ja, es ist noch nicht zu Ende. Es ist auch noch meiner Meinung nach viel zu tun, um da oben zu bleiben oder beziehungsweise um sich da dauerhaft festzusetzen, wie man jetzt ist. Denn da, wie gesagt, gibt es noch einiges zu tun. Und wenn man dann ganz nach unten schaut, nämlich da, wo der Nachwuchs ist in der Breite, da ist dann schon schwierig auch mit dem Eishockey. Also wir haben jetzt hier in der Region Nordostbayern zwei, drei Standorte mit Bayreuth, mit Säb. Haßfurt ist noch, Schweinfurt, so. Aber es ist halt nicht so wie Handballvereine oder gar Fußballvereine. Also es sind schon deutlich weniger Standorte, an denen überhaupt gespielt werden kann. Das ist richtig. Und das Problem bei den Standorten ist dann auch, dass man als Standort sich dann auch, oder dass Nachwuchs natürlich auch Geld kostet. Und ja, diese, diese, es ist einfach so, dass du wahnsinnig viele, wahnsinnig viel investieren musst. Ja, vor allem im Eishockey auch mit den Busfahrten, mit Ausrüstung, mit Trainern, mit Eiszeiten. Ja, das kostet einfach Geld. Und wenn man, wenn man gute Spieler ausbilden möchte, dann braucht man auch Qualität im Trainerstab. Das heißt, man braucht hauptamtliche Trainer. Das kostet wiederum Geld. Und dann ist es natürlich im Verein immer so, das Subpferd ist die erste Mannschaft. Ja, und ich sage mal, der Großteil des Etats fließt einfach in die erste Mannschaft. Und ja, in den Nachwuchs eben eher weniger. Also es gibt weniger Vereine, wo eben viel in den Nachwuchs fließt. Und das, ja, es ist eben auch so ein bisschen ein Problem. Also das, da müsste eigentlich noch viel mehr in den Nachwuchs reinfließen. Aber das, ja, viele Vereine sagen halt, okay, mein Subpferd ist die erste Mannschaft. Die erste Mannschaft ist wichtig. Ja, die Zuschauer wollen Erfolge sehen. Und wir müssen da oben im Endeffekt das Geld reinpumpen. Und der Nachwuchs, sage ich mal, ja, kriegt im Endeffekt ein bisschen zu wenig. Du hast vorhin erzählt, du machst selbst deinen Trainerschein. Wenn du nicht mehr spielst, wann auch immer das ist, soweit die Füße tragen, ist das was, wo du dich engagieren wirst im Nachwuchsbereich? Oder gehst du schon eher in den Erwachsenenbereich? Nee, also ich habe meine Scheine schon gemacht. Also ich bin eigentlich schon fertig. Und ich bin eigentlich seit, also ich habe 2007 meinen ersten gemacht, meinen C-Schein. Und bin eigentlich seit 2007 durchgängig, ja, jedes Jahr irgendwo beschäftigt. Also, oder mit dem Nachwuchs beschäftigt. Ich habe eigentlich immer nur selbst trainiert. Zu meinen DL-Zeiten dann eigentlich nur im Sommer. Sommer drin gemacht mit irgendwelchen Mannschaften, seit ich jetzt wieder da bin. Dann eben auch am Eis, verschiedene Mannschaften, soweit es möglich war, eben auch mit betreut. Das ist ja immer schwierig, wenn man selber noch spielt. Und dann, ja, und die Mannschaften, die Jugendmannschaften spielen ja auch am Wochenende. Jetzt, wenn ich selber am Sonntag spiele, ist es schwierig, Sonntag eine Mannschaft beim Außenspiel zu betreuen, ja. Deshalb war das immer nur eingeschränkt möglich. Und, ja, prinzipiell kann ich mir das auch vorstellen nach der Karriere. Ich habe eigentlich immer gesagt, ja, wenn, dann möchte ich nur im Nachwuchs was machen. Ja, weil ich, das Trainerleben ist halt so, ja, mal drei Jahre da, mal zwei Jahre da. Ja, man weiß ja immer nie, wie lang es geht. Auch gute Trainer, sage ich mal, auch wenn man wirklich ein guter Trainer ist, ja, kann es trotzdem sein, dass es mal nach zwei, drei Jahren vorbei ist. Und das, das wollte ich eigentlich nicht, ja. Also dieses, ich sage mal in Anführungszeichen, auch wenn es ein bisschen schreck klingt, aber dieses wackerbunden Leben, das mit Familie ist halt auch immer so eine Sache, ja. Das muss man mögen, dass man dann vielleicht sieben, acht Monate im Jahr getrennt von der Familie ist. Das ist eigentlich was, was ich, ja, eigentlich nicht möchte. Prinzipiell, wie gesagt, könnte ich mir schon vorstellen, auch im Seniorenbereich zu arbeiten, aber, ja, das wäre dann eigentlich nur ein Save möglich, weil ich möchte eigentlich nicht mehr weggehen. Wer auf deine Zugehörigkeitszeiten guckt, der kann das ja auch erkennen, das stimmt, was du sagst. Du warst ja immer lang bei deinen Stationen und eben nicht dieses jährliche oder spätestens zweijährliche Wechseln, das sehr weit verbreitet ist. Das ist offensichtlich nicht deine Welt. Ich habe, ich weiß nicht, manchmal stimmt das nicht, was bei Wikipedia steht. Da steht, du hast 499 Spiele in der DEL. Wenn diese Zahl richtig ist, schläfst du manchmal ein oder kurz bevor du einschläfst und denkst, es ist 500, das hätte ich gar nicht gehabt, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob das auf dieses Spiel die Zahl genau stimmt. Es stimmt nicht. Es sind, ich glaube, über 500, also müssen über 500 sein, weil diese 499 ist die Zahl der Regular Season Games, also quasi die reguläre Saison. Und dann kommen noch, glaube ich, 40, 50 Playoff-Spiele und dann, ich bin über die 500 gekommen. Ich hätte ja auch gerne noch mehr gemacht, aber irgendwann was. Ist dir sowas wichtig? Wir hatten letztes Jahr diesen Lewandowski-Rekord. Da hat man am Ende schon gemerkt, dass dem das wichtig war. Der hat immer gesagt, die Mannschaft und wir wollen Titel gewinnen. Und am Ende hat man schon gemerkt, er möchte diese 40 erreichen. Ich habe mit einem anderen Fußballprofi gesprochen, der hatte relativ viel Verletzungspech und hat dann gesagt, er hätte schon gerne mehr Erstligaspiele gehabt. Ist das was, auf das du auch geguckt hast oder guckst? Ja, natürlich möchte man, oder ich hätte natürlich auch gerne noch länger auf dem Niveau gespielt. Es hat dann halt nicht mehr geklappt. Aber es ist bei mir nicht so, dass ich irgendwie auf Statistiken schaue oder so. Ich glaube, wenn man sich meine Statistiken anschaut oder der Spielertyp, der ich war und der ich bin, eher ein defensiv orientierter Verteidiger, wo es jetzt auch im Endeffekt am Ende der Saison wurscht war, ob es jetzt zehn Assists oder acht waren oder ein Tor oder drei. Ja, das war für mich jetzt nicht wichtig. Ich glaube, das Jahr, in dem ich WM gespielt habe, habe ich, glaube ich, kein einziges Tor geschossen. Solche Statistiken waren für mich jetzt immer nicht, ja, es ist so, waren für mich jetzt immer nicht wichtig. Für mich war wichtig, dass defensiv alles gestimmt hat, dass ich Schüsse geblockt habe, dass, ja, Plus-Minus-Statistik, sowas war für mich wichtig. Dass die Mannschaft erfolgreich ist, ich war ein Teamspieler. Teamspieler. Das war wichtig und solche Statistiken waren jetzt für mich eher zweitrangig. Ist bei Verteidigern vielleicht auch eher die Einträge in die Strafzeiten die aussagekräftigere Statistik wahrscheinlich, oder? Da war ich aber immer, war ich immer weit, weit unten. Also Strafzeiten hatte ich immer nicht viele. Sehr gut. Was ist für dich das Geniale am Eishockey-Sport? Was macht das aus? Warum machst du damit, ey, es ist schwierig, wenn man als Kind damit anfängt, aber warum bist du so lange dabei geblieben? Man hätte ja irgendwann mal vielleicht eine andere Sportart machen können. Oder so, was ist für dich das Geniale am Eishockey? Naja, gut, bei mir war es, meine Eltern haben mich zum Schlittschuhlaufen geschickt, weil, also meine Mutter hat gesagt, okay, du musst, oder nicht du musst, sondern das Kind sollte, bevor es eingeschult wird, es sollte schwimmen können, weil im Sportunterricht geht man mal schwimmen und in Selb war es dann auch so, ab und zu geht man Eislaufen und das Kind sollte auch sich auf Schlittschuhen halten können, ja. Und dann hatten wir ja Freunde eben, da war der Papa auch in der Lauschschule tätig und da bin ich dann eben mitgegangen und das hat mir ganz gut gefallen. Und dann, ja, war ich anscheinend, habe mich nicht dumm angestellt und wenn sich Kinder, ja, nicht dumm in irgendwas anstellen, dann, und auch im Nachhinein schon erfolgreich, sag ich mal, erfolgreich sind oder auch mal Tore schießen und so, dann, das hat mir natürlich auch Spaß gemacht, ja. Und dementsprechend bin ich dann auch, bin ich dann auch dabei geblieben, ja. Es war halt einfach, macht Spaß, das ist das, was wichtig ist für Kinder auch. Es muss Spaß machen und wenn dir was Spaß macht, dann entwickelst du Leidenschaft, ja. Und habe dann auch daheim immer gespielt, ja, im Gang zu Hause und draußen Street-Hockey. Und ja, wenn dir was Spaß macht, wie gesagt, kommt die Leidenschaft und dann kommt auch irgendwie der Erfolg. Was mich fasziniert, ich habe selber nie probiert Eishockey, Schlittschuhen laufen, ich kann mich zumindest halten, ohne hinzufallen, aber Eishockey habe ich nie probiert. Was mich fasziniert, ist die unfassbare Komplexität der unterschiedlichen Dinge. Koordination, vorwärtslaufen, rückwärtslaufen, auf Kufen, das ist ja an sich schon schwierig. Dabei irgendwie ein Raumgefühl zu haben, Mitspieler zu sehen. Es gibt einen Schläger, es gibt einen Puck, das Ganze ist sehr, sehr schnell. Ja, also das sind jetzt mal die grundlegendsten Sachen und dann gibt es noch Einflüsse wie Fans, die pfeifen, whatever. Unterschiedliche äußere Bedingungen, also es sind so viele Faktoren, die beim Eishockey zusammenkommen, wie ich sie jetzt in einer anderen Sportart, ehrlich gesagt, in dieser Komplexität nicht sehe. Geht es dir da ähnlich? Ja, also es ist schon wahnsinnig komplex. Ja, ich meine, auch wenn man sich unser Training anschaut, jetzt im Sommer vor allem, was alles für Bausteine im Endeffekt mit drin sind, ja, also das ist schon brutal. Also es ist, ja, macht natürlich diese Sportart auch aus. Es ist wahnsinnig schnell, es ist wahnsinnig intensiv auch. Und ich muss aber sagen jetzt, wenn man dann dabei ist, also die Schlittschuhe laufen beispielsweise oder so, das ist ja jetzt für Profis, sage ich mal, oder auch für Kinder, die das dann irgendwann drauf haben, da denkt man ja nicht mehr drüber nach. Ja, das sind ja Automatismen, die dann ablaufen. Da muss man sich dann auch auf andere Sachen konzentrieren können, denn du kannst sie nicht gleichzeitig auf Schlittschuhe laufen, auf Passen, auf Schießen, auf Raumgefühl. Das ist unmöglich. Irgendwann sind das Automatismen, die müssen funktionieren, weil sonst kannst du, funktioniert es eben nicht. Ja, das ist, das ist, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Stimmt die Schlussfolgerung, dass jemand, der so viele unterschiedliche Sachen machen kann, vielleicht auch ein guter Klavierspieler ist, weil man da auch viele unterschiedliche Sachen mit den Fingern machen kann. Bist du anderweitig auch begabt bei so koordinativen Sachen? Also ich kannte einen, ich hatte einen Mitspieler, der konnte Piano spielen, ja, aber ansonsten, nein, also ich glaube, so eine Grundkoordination schon, also so, ob das jetzt Ballsportarten sind oder so, ich glaube, oder auch, man sagt ja eisige Spieler immer nach, das wären sehr gute Golfer, ja, vom Schwung her, ja, viele Tennisspieler habe ich jetzt auch, wo ich sage, viele, die eigentlich auch ganz gut Tennis spielen, ja, ich denke, oder auch Skifahren, ich denke, es hilft einem schon auch in anderen Sportarten hinsichtlich Koordination und solchen Dingen, aber bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt noch ein wahnsinnig guter Tennisspieler oder irgend sowas, das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Wir beide haben uns sozusagen übers Eishockey kennengelernt, ich habe dich öfter gesehen auf der Tribüne, als du umgekehrt mich bei einem Interview mal und jetzt bei einem Benefit-Spiel, Fußball, da haben wir in einem Team gekickt, daher weiß ich, dass du auch ganz gut kicken kannst. Wir haben nicht mehr allzu lang jetzt zum EM-Finale. Italien gegen England ist das Spiel, ich gehe davon aus, du wirst es anschauen, ich auch. Hast du einen Tipp, wenn wir ausstrahlen, ist das Spiel schon vorbei? Ich frage jetzt trotzdem mal, was glaubst du, wer dieses Spiel gewinnt und warum? Also ich glaube, dass es die Italiener sind, die gewinnen werden. Ich wünsche es auch den Italienern, ich weiß nicht wieso, aber die Engländer sind mir irgendwie ein bisschen unsympathisch jetzt pfeifen bei der Hymne und Rate-Klicks-Vergleich hier in der Zeitung vom Herrn Southgate. Das macht es für mich irgendwie ein bisschen unsympathisch, deshalb gönne ich es den Italienern, ich gönne es den Innenverteidigern Bonucci und Chiellini, die finde ich auch wahnsinnig cool und sympathisch. Deshalb, wie gesagt, ist mein Tipp 1-0 Italien. Ja, und schauen werde ich es natürlich auch. Das ist natürlich jetzt klar, weil das ist eine Altersklasse. Bonucci, Chiellini und Andruschka, ihr könntet quasi Dreierkette spielen. Du in der Mitte und die anderen beiden rechts und links. Bonucci ist mein Jahrgang, Chiellini ist sogar noch älter. Ja, Wahnsinn. Ich finde es beachtlich. Also Fußball ist ja doch noch mal was anderes wie Eishockey. Also Eishockey geht es ja eigentlich länger. Also viele Spieler, die mit 6er, 7er, 8er, 30er noch in NHL spielen, DEL spielen. Das wäre im Fußball nicht möglich. Also im Fußball, glaube ich, gibt es 37-Jährige oder 36-Jährige. Nicht so viel. Nicht so viel. Wenn, dann eher Torhüter. So, weiß ich, Buffon zum Beispiel über 40. Peter Schilden früher kennst du vielleicht noch. Aber also Feldspieler ist schon wirklich selten, wenn die älter als 35 sind. Richtig. Allein deshalb, finde ich, wie gesagt, finde ich Wahnsinn, wie viele Jahre die die zwei jetzt auch schon das da hinten machen. Das ist beeindruckend. Ich habe auch das Gefühl, die spielen in 10 Jahren noch. Aber schauen wir mal, wie es sein wird. Flo, ich hoffe, du warst jetzt gerade im Urlaub auch. Ein paar Tage irgendwie im Gebirge, habe ich gesehen. Wurde gepostet von deinem Verein. Ich hoffe, du konntest dich ein bisschen erholen. Weil, wann fangt ihr mit der Vorbereitung an? Wir fangen am 1.9. an. Also es wird zwar Eis sein, glaube ich, schon ab 1.8. in Selb. Also wir werden schon im August auch zwei, drei Mal die Woche aufs Eis gehen. Ja, Eisgewöhnung im Endeffekt. Ja, Sommerhockey spielen. Dass dann, wenn es am 1.9. losgeht, dass man dann schon eine ordentliche Verfassung ist. Aber ich glaube, Start vom Trainingscamp wird dann am 1.9. sein. Also wir haben noch ein bisschen. Aber ja, so lange ist es auch nicht mehr. Weil ich glaube, sechs Wochen oder so. Das vergeht immer sehr, sehr schnell. Vor allem dieses Jahr war der Sommer wahnsinnig kurz. Wir haben bis Mitte Mai gespielt. Dementsprechend verging der Sommer bis jetzt schnell. Und ich glaube, die sechs Wochen werden auch ruckzuckrum sein. Dann genießt diese Woche noch. Man sagt ja immer, die etwas älteren Körper brauchen länger zum Erholen. Wenn das stimmt, dann wünsche ich dir die beste Erholung in diesen Wochen. Und dann bin ich gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen, was ihr da schnitzt. Ich bin mal optimistisch, ganz einfach. Und freue mich als in Bayreuth lebender Mensch natürlich auf das Derby hier gegen die Tigers. oder eben in Seep. Wird eine spannende Sache, würde ich sagen. Ja, also wie gesagt, vielen Dank. War ein cooles Interview. Und ja, wie gesagt, wir hoffen auch auf schöne Derbys und coole Spiele. Vielen Dank dir fürs dabei sein. Bleib gesund, bleib verletzungsfrei. Und ja, gute kommende Saison. Danke, Florian und Ruschka. Danke. Danke.